Du kannst die Teller bereits in der Küche vorbereiten, statt die Pfanne auf den Tisch zu stellen. So verhinderst du mehrmaliges Nachschöpfen, um wirkungsvoll abnehmen zu können, müssen meist verschiedene Gewohnheiten verändert werden. In diesem Artikel stellen wir dir 21 Möglichkeiten vor, wie du täglich 500 Kalorien sparen kannst. Es ist nicht unmöglich und es lohnt sich. Probiere es selbst aus, wie reduziert man 500 Kalorien am Tag, ruhelos sein verbringe nicht den ganzen Tag zu Hause auf dem Sofa, vor dem Computer oder vor dem Fernseher, während du telefonierst. Wenn du lange sitzt, denke an ein schönes Lied und bewege dazu die Beine. Vermeide zu viel Ruhe. So kannst du 500 Kalorien verbrauchen, ISS keine Trockenfrüchte, vor allem Trockenfrüchte in großen Packungen solltest du meiden. Es wurde sogar in wissenschaftlichen Studien bewiesen, dass je größer die Portion ist, desto mehr davon gegessen wird. Auch wenn Nüsse sehr gesund fürs Herz sind, enthalten sie eine große Menge an Kalorien. Eine Handvoll enthält 100 Kalorien. Es wurde sogar in wissenschaftlichen Studien, wenn du nicht auf Nüsse verzichten möchtest, dann kannst du auf Pistazien essen. Eine Handvoll enthält nur 80 Kalorien. Wenn du nicht auf Nüsse verzichten möchtest, dann kannst du auf Pistazien essen. Setze dich besser an den Esstisch und mache den Fernseher aus. Verzichte auf den Film und mache einen kleinen Spaziergang, so kommst du dann viel Leucht auf 500 Kalorien. Sind Salate nicht wahnsinnig gesund? Ja, eigentlich schon, aber es gibt einige Ausnahmen. Wenn du deinen Salat mit Schinkenströffen oder mit Käse, Speck, Nüssen, Salatsauzen, Mayonnaise, Frittiertem etc. kombinierst, dann wirst du damit nicht abnehmen. Für einen Salat solltest du nicht mehr als 4 Zutaten verwenden. Benutze kleine Teller. Benutze kleinere Teller als gewöhnlich. So belade diese mit weniger Essen. Wenn man dir gelehrt hat, immer ganz auf zu essen, dann kannst du mit den kleinen Tellern diese Regel auch ohne schlechtes Gewissen befolgen. Ziehe Espresso vor die Größe der Kaffeetassen, die meist in Kaffeehäusern und Läden serviert werden, sind üblich. Wenn man dir gelehrt hat, eine große Tasse Kaffee kann bis zu 670 Kalorien enthalten. Wenn du diesen zusätzlich noch mit Rahm oder Schokolade verfeinerst, deshalb wähle besser einen Espresso, der enthält nämlich nur 30 Kalorien. So sparst du mehr als 500 Kalorien, zähle die Zwischenmahlzeiten, wenn du Kartoffelchips und Kekse magst, dann solltest du auf diese nicht ganz verzichten. Wir raten dir, ZB, 5 Kekse zu genießen und dann das Päckchen wieder wegräumen. Bereite keinen großen Teller vor, sonst isst du alles, denn diese Lebensmittel machen süchtig. Serviere das Essen nicht auf dem Tisch, meist setze sich Familien an den Tisch und schöpfen das Essen aus großen Schüsseln. Wenn du dies tust, dann wirst du den Teller ein zweites Mal füllen. Bereite deinen Teller schon in der Küche vor. So hast du dann deine Portion und schöpfe nicht noch ein zweites Mal nach, sage Nein, zu Cocktails schon ein Glas enthält eine große Menge an Sirup, Zusatzstoffen, Rahm, Säften aus der Dose und Zucker. Das macht dann insgesamt 800 Kalorien aus. Deshalb ist es besser, Cocktails zu vermeiden und frische Fruchtsäfte zu trinken, ISS weniger Teigwaren, ein Tellerpasta, ohne Sause, enthält 220 Kalorien. Wenn du dann noch deine kleinen Sünden hinzufügen, dann können sich die Kalorien verfünffachen. Wähle, wenn es schon unbedingt Nudeln sein müssen, am besten Vollkornspaghetti, lade nicht zu viele Personen gleichzeitig ein. Wenn du mit mehr als 7 Personen isst, dann wird deine Portion ohne Zweifel automatisch größer. Wenn wir viele Gäste zum Essen erwarten, dann bereiten wir häufig das Doppelte oder das Dreifache vor, denn wir wollen auf keinen Fall zu wenig haben. Lesetipp, wirksam abnehmen mit der Fettstoffwechseldiät. Reinige deinen Teller nicht, wir sind Experten. Wenn wir viele Gäste zum Essen erwarten, dann bereiten wir häufig das Doppelte oder das Dreifache vor. Wenn etwas übrig bleibt, kannst du das entweder dem Hund füttern oder für das nächste Mittagessen aufbewahren, bestelle dir ein kleines Menü Fastfoodketten und Imbissbuden bieten uns die Option, unser Menü zu vergrößern. Dies ist aber schädlich für unsere Gesundheit. Das gleiche gilt auch für die größeren Portionen in Restaurants. Wenn du die kleineren Pommes fritt und das kleine Reis zum Nachtisch auswählst, sparst du viele Kalorien, lasse Milchschirkes aus. Im Sommer sind Milchschirkes sehr lecker und erfrischend, aber sie enthalten auch viele Kalorien. Ein großes Glas aus Banane, Milch und Zucker enthält etwa 800 Kalorien. Wähle lieber Fruchtsäfte, achte auf versteckte Öle. Es ist immer besser, wenn Gerichte mit Wasser oder mit Brühe zubereitet werden, bevor mit Öl gekocht wird. Ein Löffel Öl enthüllt 124 Kalorien, schlafe genug Personen, die weniger als 7 Stunden schlafen, essen mehr. Wenn du zum Beispiel spät ins Bett gehst, verbrennen viele Kalorien. Verbrennen viele Kalorien. Deshalb ist es eine gute Idee, wenn du die Gäste einlädst. Mit den Vorbereitungen verdienst du dir so auch die Nachspeise. Und kannst dir die 500 Kalorien sparen, sage Nein, zu Softdrinks ein Glas von einem Softdrink enthält etwa 200 Kalorien. Wenn du 2 bis 3 Gläser pro Tag trinkst, dann kommst du schon an dein Limit. Trinke lieber Wasser, um deinen Durst zu stillen, ISS weniger du kannst, deinen Magen austricksen, wenn du weniger isst. Beispielsweise kannst du vor dem Mittagessen oder vor dem Abendessen eine Tasse Brühe trinken. Es ist wichtig, dass du dieses Signal beachtest. Statt auf den Teller zu achten, schaue besser auf die Anzeichen deines Körpers. Statt auf den Teller zu achten, schaue besser auf die Anzeichen deines Körpers. Er wird dir sagen, wann du genug gegessen hast, werde Getränke ohne Zucker auf. Wenn du Tee trinkst, enthält dieser viele Kalorien, wenn du ihn mit mehreren Löffeln zuckersüßen.